Ja, also ich denke, das ist einfach eine tolle Geschichte, die Butterfly da angegangen ist. Das ist wirklich eine App für alle. Es ist auf der einen Seite ein Tracker, das ist also ein hochprofessionelles Werkzeug, um Videoanalysen zu machen. Auf der anderen Seite ist es eine App, um Übungen den Spielern näher zu bringen. Und ja, ich denke, so kann sich jeder im Tischtennis verbessern. Es ist was für Spieler, es ist was für Trainer, es ist eigentlich was für alle dabei. Es ist sowohl für ambitionierte Hobbyspieler, die sagen, Mensch, wir haben mal Lust, eine Videoanalyse zu machen, wie es vielleicht sonst die Profis nur machen. Auf der anderen Seite eben aber auch für den hochambitionierten professionellen Trainer gibt es Möglichkeiten, das Ganze auch auf nochmal einer intensiveren, etwas komplizierteren Stufe zu erstellen. Und ich glaube, wir sind da insgesamt auf einem ganz guten Weg. Also wir werden zu Beginn es auf Deutsch, Englisch und Französisch herausgeben, diese App. Und ja, sind natürlich dann offen, je nachdem welches Feedback wir bekommen, ob wir weitere Sprachen noch dazunehmen. Und ja, müssen dann natürlich entsprechend auf die Anfragen der Fans reagieren. Nun, ich denke, dass so vielleicht jeder sich ein Stück weit, jeder auf seinem eigenen Level professionalisieren kann. Ich denke, es hilft auch vielleicht auch einem ambitionierten Hobbyspieler, sich an sein Leistungsmaximum zu nähern. Und gleichzeitig eben Spieler, die auf hochprofessioneller Ebene trainieren und deren Trainer natürlich, kann es dazu beitragen, vielleicht diese letzten 5 Prozent rauszukitzeln. Und auf höchster Ebene wissen wir, 5 Prozent, das kann mitunter der Unterschied sein zwischen einem Top-100-Platzierung in der Weltrangliste und einer Top-20-Platzierung. Nun, ich denke, dass es zumindest zeigt, dass auch die Top-Stars diese Übungen so in ihrem Repertoire haben. Und tatsächlich diese Übungspool, den wir dort in der App vorstellen, so konzipiert, dass man eben auch einen Timo Boll oder einen Schwan konfrontiert mit diesen Übungen sehr gut mal eine Woche trainieren lassen könnte. Und es soll natürlich auch gezeigt werden, auch für den ambitionierten Hobbyspieler, dass man diese Übungen auf diesem ganz hohen Niveau spielen kann, dass man eine ganz hohe Geschwindigkeit dabei gehen kann. Und die Übungen sind entsprechend so vorgestellt, dass man vom Einfachen zum Schweren geht. Und ja, hoffentlich, dass am Ende für jeden was dabei ist. Ja, und mit das Beste daran ist natürlich, dass sie gratis ist, diese App. Es ist eine Sache, die Butterfly wirklich ins Leben gerufen hat, um der Tischtennis-Community die Gelegenheit zu geben, auf sehr, sehr hohem Niveau sich weiterzuentwickeln. Und was für uns einfach eine ganz, ganz entscheidende Sache darüber hinaus noch ist, dass wir natürlich mit der Tischtennis-Community im dauernden Dialog verbleiben wollen. Wir wollen wissen, was können wir an dieser App noch besser machen. Wir wollen wissen, wo müssen wir noch an dem Feintuning arbeiten. Und wir warten natürlich auf euer Feedback und freuen uns drauf. Bis zum nächsten Mal.